hallo hier ist der gusor wieder im cw weiterhin und jetzt haben wir wirklich was gehabt der tod hat angriff ist zwar die fünf und hat auch die sieben gemacht aber ganz ehrlich ist vollkommen vertretbar weil er einen schönen three star reingerissen hat mal schauen ich habe ihn mir noch nicht komplett angeschaut vierer und fünfer golems halt klar aus der cb ja schön die falle deaktiviert so jetzt gucken wir mal was er hier hat okay er hat halt gesagt gut okay komm ich es ist mir egal was in der cb ist ich hau halt kein gift zauber raus sondern bei mir soll es einfach schnell gehen und ich hau ein helge spell rein so gucken wir mal wo er den setzt ich denke mal in dem bereich dass er halt sagt gut okay komm hier jetzt muss schnell gehen das ging so schnell da braucht er kein haste so guck mal da hat er ein haste gesetzt okay interessantes ding dass er sich halt sagt gut okay komm das soll hier schnell laufen die sind auch sehr lange in dem bereich drin also man kann jetzt echt nicht sagen dass der der spell nicht genutzt wurde nice 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 ja pecker immerhin immerhin die pecker ah schade die magie hat es trotzdem gegrillt aha ärgerlich ärgerlich jetzt kommt aber von der seite ein golem und passt auf jeden fall ganz ehrlich das ist ein total easy hier ist garantiert nochmal irgendwie eine falle war krass ich hätte gedacht hier wäre noch was aber ist ein easy three star gewesen alter da hätte noch die helden noch fast komplettes leben richtig durchmarschiert also wie sagen andere rasiert es krass das war richtig ein übler fight so alles ja glaube ich gerne ich würde auch gern alles geben ganz klar aber ich will ja selber gleich alles geben und zwar haben wir nur noch 15 dinger die wir brauchen ich guck mal noch mal kurz durch 25 lag ist es muss mega reichen so jetzt gucke ich mal ich will ja gerne die zehn kaputt machen zack zack und dann zwei rage da rein oben eventuell noch mal ein dass ich da wirklich noch bis zum rathaus komme ich gehen nur auf tust da ich hoffe ich schaffe es wie gesagt denn der account ist halt noch relativ low und von daher gucke ich mal ich probiere natürlich jetzt auch nicht mehr offline zu gehen weil halt die cb gefüllt ist mit max loons da haben wir fünf stück an der zahl problem zone könnte natürlich der drache in der cb des gegners sein sehr wahrscheinlich ist es auch ein drache aber ich hoffe einfach dass ich den weg schnetzeln kann und gut ist ich muss mal gucken nehme ich hart wäre vielleicht noch nur option oder jetzt zu sagen gut okay den gift raus doch den gift nämlich raus okay und nehme dann lieber ein haste dafür weil klar in kombi ja ich sehe es ich nehme ich vielleicht einmal einen erdbeam zauber schönes ding alter das war jetzt richtig der fehl des jahres auf jeden fall zumal jetzt wird sogar so sein dass der das ding ist was am längsten noch braucht ich könnte leicht röckeln dann denke ich mir ja wirst du hast neben ja schönes ding den kann ich ja noch nicht mit dem account naja herzlichen dank mal gucken was die anderen so rauszuhauen haben das kotzt mich scheiß internetverbindung kennen wir doch alle wo man sich sagt ja warum 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 ich wollte schon sagen das war es jetzt schon komplett ja das scheint aber gewesen zu sein ja jetzt kommt nichts mehr alter das ist richtig übel das ist bitter ja das ist bitter aber das ist auch bitter dass man jetzt 15 minuten warten darf und ich will die zehn gems nicht verballern nee nee kommt ganz ehrlich das muss man denn echt nicht machen weil ich sonst den den gift zauber nicht wirklich brauche bei den angriffen aber warum auch nicht ach kommt leute was soll's so weiter geht's weiter geht's oh gibt's gar nichts mehr okay dann nicht so dann sehen wir uns wieder wenn es weiter geht so mir geht richtig gut die pumpe ich habe eigentlich keine lust ich habe eigentlich absolut keine lust aber wir müssen den angreifen ja meine taktik ist hopp hopp ruff hey was sein könnte wäre natürlich folgendes könnte sein dass die cb gar nicht gelockt wird beziehungsweise dann so spät dass ich da schon so weit drinnen bin und das dann läuft dass ich dann eventuell den king als ablenkung droppen könnte ah klar irgendwie wird das schon laufen so jetzt muss ich auch noch mal kurz reingucken wie viel von den truppen ich wirklich habe dass man wirklich sagen kann gut okay zack 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 ich darf nicht vergessen ich kann die cb gleich droppen weil das halt eben die max loons sind weil sonst hat man sie mal ach naja zum clear blablabla aber das ist nicht der fall so ich habe einen boost drin aber trotzdem chillig den three star habe ich schon gezeigt die anspannung steigt also ich würde hier gerne line ziehen da gerne line ziehen obwohl das da brauche ich gar nicht weil das ist einfach nur zeitverschwendung da da weil die loons ja nur auf dev gebäude gehen angreifen alter mir geht so die tüte mir geht so extremst die tüte komm so jetzt gucken wir was hier geht king hauen wir gleich raus achso genau die cb natürlich noch und dann gleich nochmal hinten ran und hier so ein bisschen zum clear aber nicht zu viel so jetzt gucken wir wo wir hier ja genau war klar war klar dass es ein drache ist war so klar dann muss ich natürlich jetzt hier relativ ohne flechtschaden hoffe ich ja mal gegen den king muss ich auch anstinken so na king bleib du mal ach guck mal wir werden mal sehen also die den one star haben auf jeden fall drin das ist klar schade dass der king jetzt nicht äh von oben kommt und die sind ein bisschen dicht beieinander alle zack ja ich kann den ich kann den den drache nicht wirklich irgendwie paroli bieten weil da kann ich mich noch freuen dass er so lange da in dem bereich war und jetzt kommt noch ein loon raus es ist halt ganz ehrlich das ist halt pp persönliches pech so ist das ja und jetzt geht der king auch down one star schaden two star hätte es eigentlich werden sollen aber wie gesagt ich habe halt gehofft dass halt kein drache drin ist der ist halt wirklich mega doof gewesen ich hätte ihn noch fast weggeballert aber immerhin nuns da gab schon schlechtere angriffe von mir sagen wir es mal so so jetzt gucken wir mal dass das hier noch mit der gleichen armee power wieder weitergeht zack zack loon action zack ja max loon ist okay hauen wir die noch mal raus und dann noch mal den cb killer aktivieren und dann könnte ich mir ach ich könnte mir auch vorstellen dass ich jetzt einfach noch mal hardcore mäßig hier mit mit loons unterwegs bin und da noch meine mein bisschen gold farme der dunkle naja vom dunklen will ich auch nicht zu viel wegballern ja sehr gut vielen dank so jetzt gucken wir mal macht noch eine cw weil dann würde ich das halt gerne noch direkt aufnehmen max bogen nee alles ja okay komm alles kriegen wir auch noch hin wir sind ja mal nicht so gucken wir mal weil das bis vor kurzem low war deswegen darum ging es und das ist jetzt erst nach und nach eben größer geworden und deswegen brauchte ich das nicht so na ja immerhin ein aber ich sagte es ja noch nicht dass an drache drin hat aber die wahrscheinlichkeit ist halt einfach da dass dann da ein drache unterwegs ist ich kriege wieder mails okay danke kein problem später mal so nee und dann werde ich nämlich das brauche ich jetzt nicht erzählen weil jetzt wenn ihr das video seht ist der stream schon längst vorbei jam jam gucken wir mal jam jam auf jeden fall aber auch nur gebatscht deswegen nur kurz zur unterhaltung halt einfach rein gehauen und fertig ja aber ansonsten haben wir beim cw schon echt schlechter ausgesehen so ist es ja nun auch nicht also das passt schon und zumal die letzten beiden cws waren ja auch ganz in ordnung das passt ja ja genau feindliches team anstatt man einfach mal in seinen kriegslog reingeht nein muss man natürlich nicht so da und wir hatten ja zuvor da so eine richtig schöne grüne serie hier aber die zeit ist auch schon eine weile vorbei aber dann haben wir noch mal richtig böse kassiert ja weil dann halt einfach wirklich das ist halt dann wirklich so gekommen dann ach naja kommt ein neuer rein ach komm kannst gleich cw mitmachen passt schon ja am arsch passt halt eben nicht level 81 bin ich mittlerweile ja das ist auch ganz chillig dann würde ich heute mal sagen wäre mein ziel die drei millionen für die tesla bin ich jetzt einfach mal so kacke dreist und sage ja drei mille für tesla sollte drin sein die 650.000 und dann läuft das das war's für dieses video und ja wie gesagt im streamen geht es dann weiter aber wie gesagt den habt ihr ja dann schon gesehen haut rein ich wünsche euch was einen schönen resttag noch